Ich wollte mal wieder ein bisschen Schmuck sortieren, gucken was zusammenpasst. Moment, hört ihr das auch? Was ist das denn schon wieder? Peter, was machst du denn da? Gar nichts, wieso? Du liegst mit deinem Handy in der Badewanne und ich höre Geräusche. War das etwa eine Robbe? Ach so, die tierischen Geräusche. Ja, ich hab gehört, das ist jetzt voller Trend in der Badewanne, diese Geräusche zu machen. Und weil, was hast du davon? Wie meinst du das? Ja, was bringt dir das denn bitte? Bringt meine tierischen Kenntnisse weiter? Naja, wenn du meinst. Aber gut, dass du gerade mit der Kamera da bist. Ich baue demnächst ein ganz, ganz neues Video. Ich überlege nicht nur einmal an einem Tag ins Fitnessstudio zu gehen, nicht mal zweimal. Nein, verdammt nochmal, wir gehen das dritte Mal ins Fitnessstudio! Ich baue demnächst ein ganz, ganz neues Video. Ich baue demnächst. Untertitelung des ZDF, 2020